Hallo liebe Blue Community, ich bin's, der Lars und willkommen zum Overhaut vom 11.12. Und zwar im Moab haben wir drei Runden und zwar machen wir da drei Japanese Curls. Wir haben sechs Dog Cobra und wir machen fünf Hang Dumbbell Snacks. Wenn ihr keine Kurzhantel habt, schreibt es euch auch in der Kettlebell ansonsten mit einem etwas befackten Hochsack. Alles kein Problem. Im Workout haben wir einen sieben Minuten M-Rep, der reichste Sit-Ups, acht Ein-Arm, Level-Press. Gebt da schön Gas und macht euch Spaß. Hashtag Stay Blue. Washtag Stay Blue A summit for a few days, weııu Washtag Stay Blue So we're all ready to get to that, man. Du, 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 du. Ich bin's, du. Bis zum nächsten Mal.